Es ist wirklich kein Scherz. Aus 135 Dollar wurden innerhalb von 14 Tagen 1,2 Millionen US-Dollar. Es hört sich so banal an, in Krypto tagtäglich möglich. Wenn wir die Augen in den On-Chain-Daten offen halten, sehen wir solche Verhältnisse. Und wir wollen heute über folgendes sprechen. Es wird um Elon Musk gehen. Es wird um seine Stadt auf dem Mars gehen. Es geht um eine Smart Money. 135 investiert und daraus wurden 1,2 Millionen Dollar. Und es geht um einen sehr, sehr frühen Shiba Inu-Investor. Und all diese Sachen hängen miteinander zusammen. Und heute wieder eine neue Folge Smart Money. Liebe Krypto-Investoren, hinterlass gerne ein Like. Ich hoffe, dass es nicht zu viel verlangt. Da steckt immer so viel Arbeit und so viel Fleiß dahinter. Deswegen, ich hoffe, dass es nicht zu viel verlangt. Und joine auch gerne in meiner kostenlosen WhatsApp-Gruppe rein. Link findest du unten in der Beschreibung. Und heute werden wir über genau dieses Projekt sprechen. Dieses Projekt namens TER-Minus. Und was soll ich sagen? Also die Performance ist ja schon, die kann sich schon sehen lassen. Wird natürlich befeuert von solchen Aussagen. Und natürlich hast du innerhalb von wenigen Sekunden ein Meme-Coin. Beziehungsweise ein Projekt, der diesen Meme-Coin-Charakter hat. Und das ist nämlich TER-Minus. Bei TER-Minus handelt es sich um einen Meme-Coin. Ich sage bewusst Meme-Coin, weil es dort halt kein Use-Case dahinter steckt. Es geht einfach nur darum, umso mehr News rund um TER-Minus einhergehen, umso höher wird denn der Kurs sein. Insgesamt mit einer Marktkapitalisierung von 34 Millionen Dollar. Aber wirklich interessant ist nämlich dieses Smart Money. Und auch dieses Smart Money. Also insgesamt 800.000 in der Wallet. Und die hat nämlich 580.000. Ich mache das mal ganz kurz so ein bisschen höher, damit wir das auch sehen können. Und die Wallet-IDs werde ich in die WhatsApp-Gruppe, by the way, posten. Die haben 580.000 Dollar. Insgesamt steckt mehr als 90% seines Kapitals in TER-Minus. Und wirklich interessant ist Folgendes. Und zwar, wenn ich mir die Wallet-ID hier soweit rausnehme aus dieser Smart Money. So, und das Ganze dann direkt hier eintrage, dann sehe ich eine Sache. Und zwar hier, schaut euch das mal an. Mit insgesamt 135 Dollar und 85 Cent insgesamt investiert zu einer wirklich, wirklich frühenen Zeit, wo kein Mensch an genau dieses Projekt geglaubt hat. Ich meine, es ist, wie gesagt, wahrscheinlich, es ist irgendwann mal aufgekommen. Im 8. September, ich weiß nicht wann, die Aussage von Elon Musk am 7. September. Dann am 8. September ist dann dieser Meme-Coin entstanden. Wirklich keiner hat sich dafür interessiert. Und dann ist am 21. September irgendwas passiert. Womöglich hat Elon Musk die finalen Pläne vorgestellt. Weil erstmal nur ein Gedanke, dann die finalen Pläne. Und dann sieht man im Grunde immer wieder, dass der ganze Markt dann drauf aufspringt. Ja, in der Hoffnung, dass mehr Entwicklung mit einhergeht, dass dann auch irgendwelche Ergebnisse zu sehen sind. Und dann siehst du halt so eine Entwicklung. Das habe ich häufiger in diesen ganzen Märkten, in diesen ganzen tiefen Zeitmärkten beobachten können. Und genau solche Momente, wo dann auch Leute oder Wallets, die 135 Dollar investieren, werden innerhalb von 15 Tagen zum Millionär. Und das sieht man. Und dieses Smart Money sitzt gerade auf insgesamt 580.000 Dollar. War, wie gesagt, zwischenzeitlich bei 1,2 Millionen. Wenn wir die Marktkapitalisierung von TN-Solz-Grundlage nehmen, noch nichts ist hier verkauft. So, jetzt stellt sich die Frage, warum würde ich euch aber auf keinen Fall dieses Projekt empfehlen? Weil sehr, sehr viele Leute immer noch auf richtig, richtig guten Gewinne liegen. Du hast hier noch keine größere Korrektur bei solchen Projekten gesehen. Hier vielleicht eine kleinere Korrektur. Das ist aber, wie gesagt, die Korrektur aus dieser Aufwärtsbewegung. Und ich will halt die Korrektur aus genau diesen Leuten raushaben. Da steckt noch zu viel Kapital drin, zu viele Gewinne drin. Wenn ich mal einen Blick über Bubble Maps in die einzelnen Wallets wage, dann werde ich sehr, sehr viele Leute sehen, die Millionen von Dollar in der Wallet haben. Und deswegen ist mir das halt zu gefährlich. Und auch hier keinerlei finanzielle Beratung an dieser Stelle, Leute. Ich versuche natürlich immer so offen und ehrlich und transparent wie möglich zu sein, um solche Situationen mit euch halt durchzusprechen. Damit ihr diesen tieferen Einblick auch in diese Welt von Krypto bekommt. Und nicht nur dieses an der Oberfläche zu kratzen. Und ich muss mich kurz nochmal auf groß schalten. Viele Leute sagen ja in Krypto, boah, ich will schnell Millionär werden. Ich will reich werden und dies und das. Ja, das kann man auch in Krypto. Ich meine, Beispiele haben wir ja genug. Jeder, der mich langen Zeit verfolgt, ihr wisst ja, dass wir solche extremen Beispiele häufiger haben. Und dass sich es häufiger zugetragen hat, dass viele Leute durch kleinere Investments Millionäre geworden sind. Und ganz ehrlich, ich kann mich sogar auch an ein Video erinnern, der hat ein, es ist so unglaublich banal, aber der hat sogar eine Smart Money. Aus einem Cent wurde er Millionär. Ja, wirklich, es hat sich so zugetragen. Und deswegen ist das halt immer wieder ein krasses Beispiel. Aber diese krassen Beispiele brauchen wir, um überhaupt uns zurechtzufinden. Beziehungsweise um einen Überblick darüber zu bekommen, ja, wie hoch die Potenziale sind. Und deswegen halte ich sehr, sehr viel von Smart Money, weil die uns natürlich zeigen, wo es lang zu gehen hat. Und ich möchte dazu auch nochmal kurz meine Telegram-Gruppe hier an dieser Stelle placen. Und zwar habe ich selber eine Telegram-Gruppe, da geht es um Smart Money Signale. Die ist bezahlt, aber es ist sein Geld wert, weil wir tagtäglich in Meme-Coins investieren, wo auch andere hochprofitable Smart Money investieren, um letzten Endes da mehrere Gains rauszuholen. Und ich sage euch eins, es war in der Vergangenheit keine Seltenheit, wo wir teilweise mit Projekten an 5x, 8x erzielt haben, kurz nach dem Start irgendwelche Projekte gekauft haben. Und nach innerhalb von 24 Stunden mit mehr als 100% Profit wieder verkauft haben, haben wir schon häufiger solche Tage gesehen. Aktuell entwickelt sich aber auch Ethereum sehr, sehr gut. Das heißt, auch hier sehen wir wieder Fortschritte, wenn wir auf Smart Money zu sprechen kommen. Deswegen schau dir unbedingt die Gruppe an. Link findest du auch unten in der Beschreibung. So, diese Wallet hat insgesamt 871.000 Dollar in der Wallet. Und gut, wenn wir uns die ganzen Portfolio-Verteilungen anschauen, insgesamt auch in Terminus fast eine halbe Million US-Dollar in der Wallet. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, da gehen bei mir die Alarmglocken hoch, beziehungsweise die Ohren, worauf ich mich dann näher mit beschäftigen sollte. Was aber wirklich meine Aufmerksamkeit zu dieser Wallet gebracht hat, ist nämlich der Punkt hier. Das hier, liebe Investoren, ist ein Liquiditätspool mit Ethereum im Pairing zu Terminus. Das heißt, das ist ein ultimatives Zeichen, dass nämlich dieses Smart Money auch Terminus als Projekt so doll vertraut, dass sogar Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Und das sehen wir immer wieder selten. Also, es ist ein ultimatives Zeichen, dass ein Vertrauensvorschuss auch zu diesen Projekten gegeben wird. Insgesamt mit 119.000 Dollar hat also dieses Smart Money ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass dieses Projekt nicht einfach so sterben sollte. Wenn ich mich jetzt mal ein bisschen näher mit dieser Wallet beschäftige, dann fällt mir eine sehr, 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 sehr interessante Sache auf. Und zwar, wenn wir auf Shiba Inu mal zu sprechen kommen, ist diese Wallet eines der ersten Investoren, die in Shiba Inu investiert haben, bevor der große Pump zu Shiba Inu gekommen ist. Und auch hier wurden sehr, sehr viele Leute Millionär. Ich meine, denn Shiba Inu wurde damals so erfolgreich gewesen, weil nämlich 50% der gesamten Shiba Inu Supply an Vitalik Buterin quasi zugeschrieben worden ist. Und er hat diese Supply genutzt, um es zu verkaufen, um es aber nach Indien zu spenden. Ich glaube, so in etwa war diese ganze Story und dadurch wurde einfach 50% der Supply quasi, ja, die war halt weg. Und deswegen war das für viele Leute, auch weil Vitalik das Ding angefasst hat und damit interagiert hat, war das für viele dann ein Zeichen, wo sie gesagt haben, okay, wir investieren alle in Shiba Inu und dann wurden viele Börsen aufmerksam und das Ganze war eine Kettenreaktion nach oben. Und so ist halt Shiba Inu zu Shiba Inu geworden. Und ganz ehrlich, auch ich habe damals 100 Dollar in Shiba Inu investiert. Das war hier irgendwo. Und ich muss fairerweise sagen, ich habe bei 200 Dollar verkauft. Hätte ich es nicht verkauft, ich meine gut, hätte, hätte, wären das auch 100.000 gewesen, ja. Deswegen will ich einfach nur diese Dimension aufzeigen, wie krass stark dieser ganze On-Shane-Markt an sich ist. Man muss halt nur wissen, wo man investiert und nach welchen Wallets oder Smart Money man beobachtet. Wäre das hier mitunter eine Sache, wo ich meine Augen und Ohren offen halten würde. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass dieses Smart Money auch in QL investiert hat. Die Leute, die in meiner Telegram-Gruppe drin sind, ihr werdet wissen, dass das ein gutes Zeichen ist. Und damit will ich auch hier dieses Video und diese Smart Money-Reihe beenden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und schreib deine Gedanken unten in die Kommentare. Und liebe Investoren, wir sehen uns auch morgen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.